Viel Spaß mit meinem neuen Video Männergespräche Teil 2. Tololo-Quizfrage diesmal ist, wie oft wird Bruder gesagt. Schreibt eure Lösung unten in die Kommentare. Die ersten 50 kommen ins neue Video. Jetzt geht's los. Bei ihm läuft schnell ein Dünnchen. Ich sag's dir, wie kann man so krass sein? Sag's mir, bitte. Wie kann man so krass sein? Warte. Oh Gott. Meine Freundin ruft an. Warte. Baby. Oh! 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 Ah ja, wir gucken gerade den Discovery Channel. Es geht um ... es geht um ... Gitarren. Ja, genau. Nein, ich liebe dich mehr. Nein, du legst auf. Nein, du. Okay, wir legen beide auf. Du hast auch nicht aufgelegt. Nein, du legst auf. Hallo? Äh, Jungs? Habt ihr schon mal vor eurer Freundin geweint? Ich krieg keine Luft mehr. Gebt mir Luft, gebt mir Luft. Oh, mein Gott. Okay, warte. Ja, okay, sorry. Okay, ähm. Da gab es schon die eine Situation, wo ich fast eine Träne vergossen habe von meiner Freundin. Aber das bleibt unter uns, ne? Lass es raus, Bruder. Das hab ich nicht gemeint, aber was ist mit den zwei Kollegen passiert? Okay. Sie haben sich dafür entschieden, Urlaub zusammen zu machen. Haben gebucht, alles drum und dran. Haben sich voll auf die Reise gefreut. Der eine hatte voll die krasse Frisur. Noch krasser als ich. Der hatte voll diese krasse Frisur. Der andere hatte einfach gar keine Haare. Und die haben halt gebucht, sind dann angekommen. Und die waren dann halt da. Auf Namek. Und der eine von denen wurde dann einfach umgebracht. Er wurde einfach gekillt, weißt du, für nichts. Er war einfach nur da, weißt du. Er war für seinen Kollegen da und er wurde einfach gekillt, weißt du. Warte, 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 warte. Du meinst Klingel von Dragon Ball, oder? Ja. Aha, guck, guck mir weit auf. Das sind keine Tränen, okay? Meine Augen bluten nur vor Schmerz, okay? Finde deine sieben Dragon Balls. Und deine Wünsche werden wacke. Sorry, ich, sorry, sorry. Und, und, und was ist dann passiert? Ich mein, was hat deine Freundin gesagt? Was soll schon passiert sein? Sie hat gefragt, weinst du? Und ich hab gesagt, Bitch, ich weine nur, wenn du in der Küche stehst und gerade Zwiebel hackst. Weißt du, ich meine? Tchapp, 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 tchapp. Weißt du, ich meine, Bruder? Ach, sie weinen, Bruder. Tchapp, 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 tchapp. Was hat sie gesagt? Wie, was, was soll sie schon sagen? Ich bin dein Mann, okay? Ich bin dein Mann, okay? Wenn ich sage, spring, dann fragt sie, wie hoch? Wie hoch? Geil. Was hat sie wirklich gesagt? Äh. Was, wie hoch? Was, wie hoch? Was, wie hoch? Ich, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Okay, Jungs, mal eine ganz andere Sache, okay? Was findet ihr am attraktivsten an der Frau? Ehrlich gesagt, kein Bock, das jetzt zu klären. Aber wenn die Leute Bock drauf haben, dann könnten die das Video ja liken. Wenn es hier irgendwo Leute geben, die gerade zugucken, dann können die das Video ja liken. Und dann können wir darüber reden, weißt du, aber jetzt gerade nicht, weil ich hab grad keinen Bock, okay? Okay, also würde ich sagen, like das Video, teilen und so. Mein Name ist Joka Tullullullu, aka The Freshman of YouTube. Aber ich weiß genau, was du meinst, Bro. Frauen kommen immer mit irgendwelchen Fehlern an, die wir gemacht haben, aber eigene Fehler, die sehen sie niemals ein. Die sehen sie niemals ein. Ey, das Schlimmste ist, wenn sie dir irgendwas vorwerfen, was sie dir vorher verziehen haben. Boah, ja, ich hasse das. Oh, Bruder.